Hallo und herzlich willkommen zur Lehrfilmreihe über Glühverfahren. Glühverfahren zählen zu den Wärmebehandlungsmethoden vor allen Dingen von Stahl, die ein gleichgewichtsnahes Gefüge erzielen sollen. Zu ihnen zählen das Spannungsarmglühen, das Rekristallisationsglühen, das Normalglühen oder Normalisieren, das Grobkornglühen, das Weichglühen und das Diffusionsglühen. In dieser Einleitung werden die Grundlagen der Wärmebehandlung und insbesondere die Glühverfahren erläutert. Zunächst ist es aber wichtig zu wissen, was Wärmebehandlung bedeutet. Unter einer Wärmebehandlung versteht man nach DIN EN 10052 Verfahren oder Verfahrenskombinationen, die eine Gefügeänderung und oder Eigenschaftsänderung von Werkstoffen erzielen. Bei manchen Verfahren wird gleichzeitig auch die chemische Zusammensetzung der Werkstoffe geändert. Die Werkstücke oder Halbzeuge werden dabei aufgeheizt und bei bestimmten Temperaturen für eine genau festgelegte Zeit gehalten und anschließend gezielt abgekühlt. Das kann langsames Abkühlen im Ofen sein, moderates Abkühlen in Öl- oder Salzbädern, schnelles Abkühlen an der Luft und ganz schnelles Abschrecken im Wasser. Ziele der Wärmebehandlung sind allgemein, mechanische Eigenschaften wie Festigkeit, Duktilität und Zähigkeit zu verbessern, innere Spannungen abzubauen, Kaltverfestigungen oder Seigerungen, also chemische Inhomogenitäten zu beseitigen, Gute Bearbeitbarkeit zu ermöglichen und die Oberflächeneigenschaften zu verbessern. Die Wärmebehandlungsverfahren werden in der Regel nach vier Hauptgruppen unterschieden. Glühen, Härten, Durchhärten oder Oberflächenhärten, Vergüten, die Kombination aus Härten und Anlassen und weiteren Verfahren, zum Beispiel Ausscheidungshärten. Zum Härten und zum Vergüten könnt ihr euch weitere Lehrfilme anschauen. Wir wollen aber in dieser Lehrfilmreihe die Glühverfahren vorstellen. Ziel der Glühverfahren ist dabei, die Eigenschaften des Werkstücks über seinen gesamten Querschnitt hinweg gezielt zu verändern. Das heißt, dass Gefügeänderungen bewirkt werden, die unerwünschte Eigenschaften beseitigen. Aber es sollen auch bestimmte Eigenschaften eingestellt werden, die eine gute Verarbeitung des Werkstücks oder einen guten Gebrauch garantieren. Die Temperaturführung bei den Glühverfahren ist für das anschließende Ergebnis wichtig. Hierzu wollen wir die Begriffe hochwärmen, durchwärmen und halten erläutern. Ein Stahl wird zunächst mit einer bestimmten Aufheizgeschwindigkeit auf seine gewünschte Glühtemperatur gebracht. Das nennt man Hochwärmen. Das Hochwärmen ist abhängig vom jeweiligen Glühverfahren, vom Kohlenstoffgehalt des Stahls und von der Anwesenheit von Legierungselementen und Begleitelementen. Die Zeit, die ein Werkstück braucht, um auf seine gewünschte Glühtemperatur zu gelangen, wird als Hochwärmzeit oder Anwärmzeit bezeichnet. Durchwärmen beschreibt das Erreichen einer gleichmäßigen Temperatur über den gesamten Werkstückquerschnitt. Die Zeit, die ein Werkstück braucht, um über seinen gesamten Querschnitt hindurch, also bis in seinen Kern hinein, die gleiche Temperatur zu erreichen, nennt man Durchwärmzeit. Wenn die gewünschte Glühtemperatur erreicht ist, wird das Werkstück für eine gewünschte Zeit gehalten. Unter Halten versteht man den Vorgang, bei dem das Werkstück sein Gefüge vollständig umwandelt. Beispielsweise ist die Haltezeit beim sogenannten Normalisieren die Zeit, in der sich das Ferritperlit-Gefüge des Stahls vollständig in Austenit umgewandelt hat. Zum Austenitisieren von Stahl und zum Lesen der hierzu notwendigen Zeitaustenitisierungsdiagramme, kurz ZDA-Diagramme, könnt ihr euch weitere Lehrfilme anschauen. Die Dauer der Haltezeit ist unterschiedlich. Beim Härten oder Normalisieren wird gleich nach Erreichen der Härtetemperatur und Einhalten der Haltezeit abgekühlt. Bei anderen Glühverfahren kann das Werkstück bis zu 100 Stunden auf der Glühtemperatur gehalten werden. Das Abkühlen erfolgt je nach Wärmebehandlungsverfahren unterschiedlich schnell. Aber bei allen Glühverfahren wird langsam, meist im Ofen abgekühlt. So werden unerwünschte nachträgliche Gefügeänderungen und Verfälschungen der Glühergebnisse vermieden. Die Glühverfahren werden unterschieden in die werkstoffunabhängigen Glühverfahren. Das sogenannte Glühn erster Art. Diese Verfahren können auf alle metallischen Werkstoffe angewendet werden. Zu diesen zählen das Grobkornglühn, das Spannungsarmglühn, das Diffusionsglühn und das Rekristallisationsglühn. Zu den werkstoffabhängigen Glühverfahren, dem sogenannten Glühn zweiter Art, zählen das Normalglühen und das Weichglühen von Stählen. Diese Verfahren nutzen eine ganz bestimmte Eigenschaft von Metallen oder Metalllegierungen aus. Zum Beispiel bei Stählen die Ferrit-Perlit-Umwandlung in Austenit, oberhalb von 723 Grad Celsius. Die wesentlichen Ziele der Glühverfahren sind eine Verbesserung des Gefüges und damit der mechanischen Eigenschaften. Beim Grobkornglühn gilt es, ein Gefüge mit groben Körnern zur besseren sparnenden Verarbeitung einzustellen. Dasselbe Ziel verfolgt das Weichglühen, bei dem aus lamellarem Zementit ein kugeliger Zementit geformt wird. Das Grobkornglühn wird für unter-eutektoide Stähle, also Stähle mit weniger als 0,8% Kohlenstoff, angewendet. Das Weichglühen für über-eutektoide Stähle, also für Stähle mit mehr als 0,8% Kohlenstoff. Nach dem Spannungsarmglühen soll das Werkstück frei von inneren Spannungen sein und damit eine bessere Duktilität und Zähigkeit besitzen. Man spricht von Erholungsvorgängen im Werkstück, ohne dass das Gefüge verändert wird. Ist ein Werkstück durch vorangegangene Verformungsvorgänge stark verfestigt, so hilft das Rekristallisationsglühen ebenfalls die Duktilität und Zähigkeit zu verbessern. Dabei kommt es allerdings zu einer Gefüge-Neubildung. Das Diffusionsglühen beseitigt unerwünschte Seigerungen, also chemische Inhomogenitäten innerhalb einzelner Körner. Ziel des Normalglühens ist es, ein feinkörniges und gleichmäßiges Gefüge einzustellen, sodass das Werkstück eine verbesserte Festigkeit und Duktilität besitzt. Zusammenfassung Glühverfahren zählen zu den Wärmebehandlungsmethoden, die ein gleichgewichtsnahes Gefüge erzielen sollen. Zu ihnen zählen die werkstoffunabhängigen Glühverfahren erster Art, das Grobkornglühen, das Spannungsarmglühen, das Diffusionsglühen und das Rekristallisationsglühen, sowie die werkstoffabhängigen Glühverfahren zweiter Art, zu denen das Normalglühen oder Normalisieren und das Weichglühen zählen. Ziel ist eine gezielte Gefügeänderung zur Verbesserung der Verarbeitungs- oder Gebrauchseigenschaften. Das heißt, hier sollen vor allem Festigkeit, Duktilität und Zähigkeit verbessert oder verändert werden. Die Werkstücke oder Halbzeuge werden dabei aufgeheizt, was als Hochwärmen bezeichnet wird. Wenn die Glühtemperatur erreicht ist, wird das Werkstück so lange geglüht, bis auch der Kern, die gewünschte Temperatur, erreicht hat, was Durchwärmen genannt wird. Wichtiger ist aber das Halten, bei dem das Werkstück so lange bei der Glühtemperatur gehalten wird, bis alle gewünschten Gefügeänderungen eingestellt sind. Das kann sogar bis zu 100 Stunden dauern. Anschließend wird das Werkstück langsam, meist im Ofen, abgekühlt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017